ja hallo und herzlich willkommen beim bloß grillmeister und heute grillen wir chicken drumsticks in honigsenfsoße für unsere chicken drumsticks brauchen wir dunkles bier sojasauce honig senf chili geschrotet schalotten knoblauch und natürlich die chicken drumsticks mit unserem gehackten knoblauch geben unser dunkelbier zu sojasauce honig dann den chili und zu guter letzt den senf das ganze verrühren wir dann so als kleiner tipp dass die haut sich unten schön zusammenzieht beim garen weil wir die am hängen dann garen schneiden wir die hier oben nach dem gelenk ein jetzt haben wir die komplett alle eingeschnitten jetzt machen die hälfte der soße drüber und mengen die jetzt dran das kann man mit dem pinsel machen aber ich finde es schöner wenn man es dranmengt es bleibt dann zwei stunden im kühlschrank stehen so dann schreiten wir mal zur tat und hängen jetzt hier unsere marinierten drumsticks entsprechend ein so wir haben jetzt den grill vorgeheizt auf 200 grad und setzen jetzt entsprechend die tramsticks ein so jetzt haben wir hier auf der sesselzone von unserem grill die schalotten in ein bisschen öl im topf eingegeben und braten die jetzt an jetzt geben wir die restliche marinade zu reduzieren die ein das heißt wir lassen sie vor sich hin köcheln bis die von der substanz her etwas fester wird so jetzt haben wir die tramsticks bei 220 grad gut 20 minuten drauf gehabt und streichen die mit unserer reduzierten marinade ein die fertig marinierten tramsticks wieder ein setze ich jetzt direkt über die befeuerung um eine schönere farbe zu erzielen also praktisch jetzt mit direkter hitze so jetzt haben wir die hier nochmal 20 minuten bei direkter hitze bei 22 grad drin gehabt beilagenempfehlung krautsalat oder sämtliche grillsalate schöner grüner salat ist was gutes schönes baguette zu so dann probieren wir das ganze mal also ich finde ein hervorragender geschmack oder wasser ein träumchen es freut mich sehr wir wünschen euch genauso viel spaß wie uns beim nachgrillen dir danke ich dass du meiner einladung gefolgt bist immer gerne wieder bis zum nächsten mal ciao hallo und herzlich willkommen beim bloß grillmeister herzlich willkommen nochmal neu so dann schreibt mir mal zur tat ok kannst losgehen so jetzt rein und ziehe bitte was ja ein träumchen ja 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 gut u ja Bis zum nächsten Mal.